So, grüßt euch zusammen. Weiter geht's mit Legend of Grimlock. Wir, ich muss mich kurz orientieren, wo waren wir denn? Was haben wir gemacht? Genau, hier waren wir bei der Erkundung. Hier kommen wir noch nicht durch, da fehlt ein Schlüssel. Alles klar, dann haben wir hier das Rätsel. Ich erinnere mich wieder. Und zwei Schnecken. Hallo, hallo, ihr Süßen. Keine Waffen erlaubt. Ich glaube, dann müssen wir hier wohl unsere Waffen abgeben. Nee, oder? Reicht auch ein Fall. Reicht. Okay. Okay, okay, okay. Ach, hier haben wir einen Bogen. Oh, au, 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 au. Einen Bogen hätte ich gern. So, komm her. Zack. Au. Ei, 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 ei. Was haut ihr denn auch alles daneben jetzt hier? Das ist ein bisschen blöd. Ich hätte vielleicht bedenken müssen bei der Erschaffung. Wir haben jetzt schon gelernt, dass wir keine Geschicklichkeitspunkte dazu kriegen pro Stufe. Vielleicht hätte ich ihm hier ein bisschen mehr geben sollen. Scheint mir doch ein essentiell wichtiger Wert zu sein. Wo willst du denn hinschneckeln? Au. Hey, hey, die Leute, das ist los. So. Okay, okay, okay. Nicht schlecht. So, Schlüssel. Hier, Mordel, für dich, du alter Schlüsselmeister. Oh, wir haben viel Essen. Noch ein Stein. Ach, ich wünschte, ich hätte eine Bogen. So, irgendeinen Raum. Ja. Na, guck. Lohnt sich zu gucken, ne? Ja, was haben wir? Schuhe. Ja, Schutz und Geschicklichkeit. Wenn das nicht was hier für ihn nützt. Bitteschön. Dankeschön. Bitteschön. Hallo. Wieder mit. So. Fackeln wir auch mit. Das können wir hier durch. Richtig. 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 Was ist das? Nachgucken, würde ich sagen. Ein Teleporter. Oh, der führt zu Gefängniszellen. Ob ich da wieder rauskomme? Was steht hier? Betrete das Grab. Sollen wir das machen? Komm. Besonderlich viel los ist hier ja nicht. In dem Grab. Oh, 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 oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Scheiße. Äh, nein. Nein, das ist eine Falle. Scheiße. Ah, da ist noch ein Dritter. Oh Gott, jetzt gehen wir drauf. Jetzt gehen wir drauf. Okay, wir müssen uns hier irgendwo. Was werden wir von allen Seiten? Ah. Das trefft doch auch mal. Oh, Mist. Okay, okay, raus. Raus. Okay. Meine Herren. Das war nicht lustig. Jetzt trifft doch mal. Das ist echt scheiße, dass der Borken so wenig trifft. Was hält denn der aus? Sag mal. Alter Falter. Ey, das war gefährlich. Meine Güte. Jetzt habe ich gedacht. Ihm habe ich gedacht. Jetzt ist es vorbei. So, jetzt hat der auch eine Fackel. Wunderbar. Der trägt jetzt eine Fackel. Äh. 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 Wie war... Ach so, ich erinnere mich wieder. Ich erinnere mich. Es war, glaube ich, so, ne? Ja. Okay. Gut. Oder nicht gut. Irgendwas muss sich doch jetzt hier gelohnt haben. Spruchrolle. Ice Shards. Okay. Gut. Okay. War das jetzt echt alles? Evasions 2. Na, komm. Du bist wirklich sehr oft getroffen worden. Ah, ich hätte ihm ja Geschick geben sollen. Was ist das? Eine Heilskette? Keine Wirkung. Vielleicht ist das irgendein Questgegenstand. Nee. Das möchte sie hier haben. Und es kann doch nicht sein, dass hier nicht noch irgendwo was zu holen ist. Oder doch? Oder doch? Anscheinend war es das. Ich bin enttäuscht. War nur eine Riesenfalle, das Ganze. Naja. Ja. Gut. Oder nicht gut. Dann müssen wir wohl in die Holding salzen. Zack. Wo sind wir? Da oben? Da oben? Okay. Oh, da muss man rein. Aber ich komme in den Sack nicht dran. Aha. Ach, der ist wegteleportiert worden. Okay. Ohoho. Hi. Okay. Dann müssen wir gucken, dass wir den Sack rausteleportiert kriegen. Ist er da? Oh. Ohoho. Okay. Okay. Wo ist der Sack jetzt? Da. Okay. Wo ist der Sack? Wo ist er denn hin? Bin ich blind? Da ist er. Okay. Ah, okay. Alles klar. So, was ist denn da drin? Ah, der zweite Schlüssel. Gut. Und zu essen. Da benutzen wir... Okay, Lederhell. Unterwegs brauchen wir dafür leichte Rüstungskenntnisse. Da schauen wir gleich mal nach. Komm, du kannst das mal essen. Teilen wir mal ein bisschen Futter. Weil, was brauchen wir da? Rüstung. U8. Das dauert noch einen Moment. Ja, den heben wir aber lieber auf. Weil, was nützt mir denn weniger Schaden, wenn ich dafür immer getroffen werde? Äh, nix, würde ich sagen. Die Schlüssel ist hier. Was wollte ich denn jetzt gerade gucken? Ach so, Hunger. 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 Und Hunger. So. Okay. Alles klar. Dann gehst du es ja jetzt eindeutig überlang müssen. Und zwar näher hoch. Gut. Dann machen wir auch den Speicherpunkt. Brauchen wir aber gar nicht, sehe ich gerade, weil wir sind ja voll. Wir heben uns auf. Da ist nochmal ein Schlüssel. Noch ein Schlüsselloch. Okay. Also es gibt zwei Wege. So, würde ich sagen, wie die Schnauze gewachsen ist. Hier dann. Da kreucht was rum. Äh, äh, was bist du? Irgendwo ein Adler oder sowas. Upsi. Komm, lass uns ein bisschen tanzen. Gott. Ja. Okay. Ja, wenn man so Räume hat, wo man ein bisschen tänzeln kann, ist alles gut. Aber wehe, man hat die nicht, ne? Wenn man so im engen Gang ist, sieht man vorhin gerade. Das war, äh, schon gefährlich. Oder wenn dann ganz viele von denen auftauchen. So, hier wollten wir nach. Jungen schalten. Aha, aha. Ah, da. Da ist was. Okay. Da ist noch was. Oh, da geht's dazu. Und da auch. Alles klar. Der trifft wirklich nie, ey. Ich mach mir ein bisschen Sorgen um Wargram. Soll ich ihn vielleicht verskillt haben. Okay, Level up. Schon wieder. Das ging fix. Das ging fix. Okay, das macht das wieder auf. Aha, und das anscheinend. Okay, gut. Zweites Wurfmesser. Okay, 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 okay. Auch nicht schlecht. Auf die Art. Dann können wir hier schon einen Schlüssel aufmachen. Gut. Ein Teleporter. Und einen geheimen Knopf. Ah, okay. Alles klar, wir werden zurück teleportiert. Ah, das ist knapp. Okay, dann eben so. Das klappt auch nicht. Jetzt. Alles klar. Okay, okay. So weit, so gut. Und eine Falltür. Mmmh, hm, 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 hm. Komm, über die gehen wir noch rüber. Jetzt haben wir alle noch das Level upgekriegen. Das ist jetzt im Missil. Hallo. Jetzt fehlt nur noch sie, okay, Axt ist doch was für Borgler und der zweite Schlüssel kommt. Ne 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 Und du hast 9,15, ja, nee, dann können wir die eigentlich da lassen. Kräuter. Heimgang. Sieht nicht so aus. Achso, müssen wir liegen lassen, vermutlich. Und hier können wir jetzt einfach ja, raus mal schießen. Und hier wird dann der nächste Teleporter, wo landen wir jetzt? Noch ein Wurf, das war sehr gut. Was haben wir hier für eine Rolle? Wo ist ein Bowl? Okay. Hm, da wird ja fast nicht Erdmagie lohnen, wegen dem Bowl, weil der über größere Distanzen schießen kann. Wie geht's jetzt hier weiter? So, den Pilzmännchen. Ach da. Ich bin blind. Ich bin blind. Was mache ich denn? Was mache ich denn? So, komm. Der Zauberstab wieder. Hey. So, jetzt. Zack, zack. Okay, jetzt haben wir alle. Gut, das heißt, wir machen noch schnell sein Level ab. Und dann sind wir mit dieser Folge durch. Gut, was machen wir ihm? Rüstung, weil die brauchen ja hier jetzt allmählich die Rüstungsanforderungen. Das heißt, die beiden kriegen Rüstung. Auch noch gleich plus Gesundheit. Reach Attack with Medley. Okay, okay, bis 20 machen wir das erstmal wegen dem Improved Backstepping. Oder Bogen. Ja, wir haben ja noch keinen Bogen. Nee, dann erstmal das. Und du? Machen wir jetzt Erdmagie? Braucht mir 7 für diesen Bowl, aber das wäre schon interessant. Oder Spellcraft. Komm, erstmal diesen Plus Willpower hätte ich ganz gern. Dann, so. Und noch ein Punkt übrig. Dann machen wir den in Erdmagie. Wunderbar. Gut, dann haben wir das geschafft. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Und ja, wir machen gleich weiter. Bis dann. Ciao.